ja herr willkommen mein name ist dann die welt und ich begrüße euch zurück zu let's play kingdom heart 2 final mix in der letzten folge haben wir halloween town abgeschlossen und jetzt haben wir das geweihte land betreten wo ihr könig werden wollen in keiner von jemals war und so gut ich glaube wir sind ja schon wieder weg ja sehr gut kopfhörer zu laut so einfach verrückt da der jetzt nicht so graziös eine antilope we're not prey kannibale also krank wie sie so schnell weggekommen gar keine konsequenzen hier ok dass ich euch damit hinein gezogen habe keine große sache fast gestorben es ist nicht dein schuld zu erwähnen kein guter gewinnig da muss ich es doch zumindest was du willst also wirklich könig werden naja ein bisschen vielleicht schon eine krone du nala was ist denn sonst ist denn sonst jemand da der könig werden könnte es gab da jeden war man es gab da jemanden aber er starb als er noch ein junge war er war der sohn unseres letzten königs mufasa wenn sind wir jetzt doch nur hier wäre simba aber simba geht's gut er hat erst vor einem jahr noch seite an seite mit uns gekämpft mein simba ist am leben aber wo ist er das weiß er nicht dennoch simba lebt ich kann es nicht glauben bitte erzählt mir mehr über ihn natürlich aber zuerst sollten wir uns von ska entfernen wir gehen durch die genug schlucht nachdem wird er uns nicht folgen alles gleich weil es ist nicht so als würde ich irgendwelche gegner hier aus dem weg gehen rufen könnte ich jetzt auch nicht ein bisschen doof also jetzt links oder rechts die blut schlucht ich weiß nicht doppelings wir haben 5600 erfolgt bekommen wie macht mich irgendwie fällig wir sind einfach so in kreise wie so ein baby jetzt hier ist er nicht wahr klar ja da ist richtig komm wir sind wir sind ja wir sind Schau, wie er ist, Humba? Warum, wenn ich den kleinen Mann habe, war er nur das großartig? Unseren emotionalen Moment für diese Welt, okay. Was ist falsch? We're never gonna make it. I guess Rafiki was right. What? Never mind, it's not important. Here, I'll show you how. You can do it. Wollen wir kommen an, da bin ich zurück. Ja, jetzt erklären wir mal einer, wie goofy darüber gesprungen ist. Hey, habe ich mir schon angefragt. Er ist wahrscheinlich wie Tank aus My Little Pony gemacht. Einfach Propeller auf den Panzer geschnackt, dann rüber geflogen. Oder aber 3. Gut, ich mache mich fertig. Ja, okay, jetzt kommen wir aus Sprinten. Ich weiß nicht genau, warum wir die Fehligkeit bekommen. Eigentlich ist es jetzt nicht so wichtig hierfür, das Spiel zu schaffen oder irgendwie sowas. Man braucht die irgendwie immer zum Spiel zu schaffen, aber nicht so wie die Lixen Flosse aus Atlantica aus dem ersten Teil, da musste man meine Auri-Fähigkeit bekommen, schnell zu schwimmen. Damit konnte man dann ein erstes Spiel durchspielen, weil man da durch so Strudel schwimmen musste. Aber er ist halt nicht so. Aber er ist halt nicht so. Schon wieder. Ich werde mal zweimal direkt machen. Okay. Mein Kampfes war. Später. Meine Werte zu maximieren. was war nicht notwendig ist aber besser wäre für die optionalen bosse eine kartin eine gute Okay. What a f- Awesome. Er hat Haare. I want a manor. When Simba's father King Mufasa died, we were told that Simba died alongside him. Who told you that? Scar. It is time. It must be Simba! Sora, hurry! Wait up! Wir wussten auch schon, dass er am Leben ist. Okay. Jetzt nur zu diesem Ort gekommen, um uns dazu zu sagen, aber die wusste, dass er am Leben ist. Oha. Man stimmt mit euch nicht. Oh, hei. Ich bin so viel, wie ich betrifft. Ich bin so viel, wie ich betrifft. Okay. Aber wir hätten wollen hier hin bis dahinten. Er macht mich verlieren im spiel. Ich hab's getroffen. Ich hab's getroffen. Ich hab's getroffen. kopf zum match wieso bist du noch am leben das macht doch keinen sinn noch ein kopf sehen wir noch ein level ab die tun ja nicht die ich ein bisschen gefährlich aber natürlich sind rodeo clowns ha ha wie es noch leben damit ich mal einige angucken herr vollständig kann danach über drei drei klanten körper nach so kurz und da war wirklich war sehr gut hier sind auch gegner wo ich glaube wir müssen nicht gegen kämpfen simba In der Reihenfolge. In der Reihenfolge. Ich habe die Serie so gemocht. Also. Wir haben hier unsere Karte. Wo seid ihr das denn gewusst? Ja, ich glaube das Ding ist irgendwie richtig nervig zu holen. Und ja, wir haben noch irgendwas. Ohne Seite. Ja. Wird vertagt. So, allerdings hoffentlich sind nervig zu holen. Ich muss noch verspringen. Es geht schon wieder los. Das war nicht im letzten Part. Beim Viereck. Ich muss Viereck drücken und dann muss ich Kreis drücken. Wie soll ich das gleichzeitig machen? Ja genau. Da ist auch Kilometer entfernt hier auf dem Joystick. Joypad. Hier. Hier. In Japan schon mal so das hat man springen. Auf x. Verdammt. Ey. Das gibt es einfach nicht. Ich glaube allgemein bestätigen es in Japanischen. Wie kreist das. Boah, das gibt es nicht. will mich soweit von verarschen ich spreche immer millimeter drüber gibt es doch nicht jetzt bin ich zu niedrig so meine firmen kneten da verdammt will sie mich verarschen gibt es doch jetzt einfach nicht ich hatte erstmal hier ja also wie soll ich das machen hey warum ist das so schlimm in dem spiel alter will sie mich verarschen ja 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 ich ja 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 ein junger an gott rist zu kaufen herstellen natürlich schutzengel magie sphäre hat haben wir noch hier alles was wir erstellen sowieso alles irgendwie erstellen kann man nicht darum herum mega etha so nervig später im spiel das kraft ja das kommt ein wenig und manche extrem ist alles kraft war wir haben es kraft mit der kraft extrem gott jetzt war ein bisschen mächtiger jetzt weiter gehen ja hier und mit ihm und puma essen können er oder sie es waren sie hat ja schon gesagt aber eigentlich mal auf uns Ich weiß nicht, was ich weiß. Botzen. Es sind nur eine Schildkröte, ein Vogel und ein Löwe. Don't worry. They're all friends of mine. So that means nobody's planning to eat anybody else for lunch, right? Are you sure they don't want to eat me? Like I'm some kind of pig? We won't, but you are a pig, right? Who are you, Mr. Pig? Oh my god! I don't understand. Sora might be able to help, but you're the only one who can save us from Scar. I can't go back. Why? Hakuna Matata. It's something I learned out here. Sometimes bad things happen, and there's nothing you can do about it. Simba? no. ja. so wie dazu haben wir schon direkt hier konkret hier also uns nicht gehört hört ihr uns eigentlich jemand zu in dieser welt ja los möchte erst ein hintern treten wenn du mitkommst okay we have an enough lamp from here my father is dead and it's because of me it's my fault I can't go back it won't change anything look at the stars the great kings of the past look down on us from those stars so whenever you feel alone just remember that those kings will always be there to guide you and so alive father are you there you have forgotten who you are you must take your place in the circle of life how can i go back i'm not who i used to be remember who you are so übrigens ein prima moment gewesen um zu fragen wegen getötet hat okay i'm going back to face my past i could use your help you really is it king ja der könig der ewige kreis der ewige kreis ja 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 gibt mir mal direkt den ewigen kreis auch vielleicht nicht so das ist so stark so ja ja so dann autolimit weg noch mal hier ist nicht so viel dabei noch hier und wahrscheinlich wahrscheinlich dass ich mal weniger ab hier kann es eigentlich hier ein schnitt machen also mal angucken ja mal angucken für puzzle teile ich bisher ab ich habe schätze erwartet man bin ich gut ja auch da meine alles nach die welt sogar angezeigt naja ich hatte ich bin ein schon komplett aber so sieht man die ganzen sachen ich vielleicht auch mal machen sollen irgendwann nach dem modus machen wir machen wir haben sogar schon eins okay dann machen wir mal das kommt hier da mein gott ich bin irgendwie wahrscheinlich dass es schnell geschafft er ist nicht ein glückgrund herz nein da fehlt eins zu spät nein da fehlen drei hat schneider fehlende menge und dafür noch eine menge und dafür noch ganz viele okay ich muss mir noch mal die dinge uns hier ein ballern hier schutzengel und so aber ich hätte es genauso viel noch mal viel weniger verteidigung wesen sagt dort mehr magie kraft sich das mal sind bad mehr magie kraft was geht denn das alle noch neue waffen sie war ganz schön bild ja wesen das herr ja 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 jetzt können wir einen schnitt machen und wir sehen uns dann in der nächsten folge let's play kingdom mark 2 final mix ich bedanke mich alles für zuschauen und sagt tschüss bis zur nächsten folge ja und Vielen Dank.